Okay, willkommen zurück zum Let's Play The Ball. Ja, wir sind gerade in dieser schönen Einrichtung hier. Alles ziemlich antik und mystisch. Die tolle Waffe haben wir auch schon mit dem Superball, den man verschießen kann. Und wir sind gerade beim Rätsel lösen und da ein Totenkopf-Wigit-Käfer. Ja, das sieht gefährlich aus mit den Stacheln. Da liegt einer. So, dann müssen wir den Ball. Es geht und wir feiern. Gut. Nicht runterfallen. Ja, ich denke, der Ball ist im Arsch. Oder warte mal. Bin ich das, was ich denke? Nein, ich glaube nicht das, was ich denke. Schauen wir mal. Yay. Drunter krabbeln. So. Tja, dafür brauchen wir jetzt einen Ball. Ah. Er sagt's dann. Totenkopf. Nicht schnett. Da ist ein Ball. Und hier ist Lava. Okay. Dann denke ich mal. Fies. Maja. So. Hat sich nicht gerade was bewegt? Na gut. Dann können wir weiter. Ähm. Kriege ich den da jetzt wieder zurück? Ich glaube nicht, dass die Lava mich gesund macht. Toll. Ich brauch dich bald. Das pränkt mir bloß alles nichts. Wie kriege ich denn jetzt da wieder hin? Ich lege muss ich's wieder dranhauen. Wow, das war knapp. Nein. Nein. Komisch. Fies. Kriege ich da wieder einen neuen Ball? Nein. Den brauch ich ja dafür. Hm. Ja, den brauch ich dafür. Okay. Dann schauen wir mal. Ob es eine Lösung dafür gibt, für dieses sehr versponnene Rätsel. Ich denke nicht, dass ich da hier drauf gehen kann. Das hat's Lava meistens an sich. Achso. Okay, ich denke mir schon. Tada. Das war nicht so krug. Das hätte ich verhindern können. Nein, das muss ich jetzt alles wieder machen, oder was? Sprung. Die Affen habe ich schon. Ja, die Affen habe ich schon. Gut. Ah, das habe ich alles. Ah, das war einfach die Sache. Bevor ich jetzt weitermache, muss ich noch schnell was schauen. Okay. Das war schon. Ich muss nur schnell schauen, wie viel Zeit ich schon habe. Vergessen aufzunehmen. Was ist denn da? Immer platzieren den Ball nahe als Blocks am Ende des Ganges und drücken sie E. Das ist ja cool. Dann können wir es wieder halt machen. Also diese antiken Maya Freaks oder was das waren, die haben schon Ideen gehabt. Oder auch die Macher. Was ist das? Ah. Was ist hier? Ah. Ich wollte das einschlagen. Nein, nicht. Das kann man bestimmt einhauen. Interessant. Ich glaube, die brauche ich noch. Boah, damit euch jetzt gegen schon machen nicht so ein Geh Dringel. Ich glaube, das klappt. Erstmal dich. Du raus. Dann dich rausschieben, sodass alle glücklich sind. So. Haben wir das? Dann haben wir noch das da hin. Ja, jetzt nicht im Weg stellen. Drücken die Steine links, um sich zu ducken. Gut. Aha. Smart. Ich denke mir schon, was ich machen muss. Boom. Du rein. Nein. Nein. Ja, gut. Gut macht ihr das schöne blaue Blöckchen. Also nicht blaue Blöckchen, sondern die mit dem Hammer-Symbol. Bäm. Habe ich die nicht schön platziert? So, jetzt ein dicht aufgestellter Block. Das ist mein Ball in Ruhe. Hat nichts mit der Sache zu tun. Komm. So. Bereich abgeschlossen. Speichert. Wollen wir meinen Ball als Sicherung vor mich halten? Und los geht's. Ey. Ähm. Wollen die sterben? Meiner. Wahrscheinlich in Next Area. Hoffentlich werde er mal gelingt, nicht aufzulösen. Das hört sich nicht gesund an. Balli. Ah, muss ich wahrscheinlich das aktivieren, dann kommt der runter. Boom. Ha. Wer sagt's denn? Ui. Was ist der Effekt? Naja. Naja. Wieso sind hier Lagerfeuer? Das macht keinen Sinn. Kann ich die löschen? Nein. Das ist mir sehr suspekt hier. Gehen sie weiter um das Level zu beenden. Awesome. Das war schon das erste Level. Das war ja sehr leicht. Okay, das war wahrscheinlich so ein Tutorial Level oder so. Schauen wir mal. So. Immer den Ball als Wacher vor mich halten. Warte mal. Ich hab nicht sowas wie Suh oder so. Wär jetzt echt nett, weil da irgendwas ist. Ein Affe. Stimmt. 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 Wo? Ah. Der Weg nach vorn ist versperrt. Für ewig begraben von den Menschen des toltekischen Banners. ein Tempel. Ein Tempel. Komische Dinge die rauf und runter fahren. Oh, nächstes. Er, der, der er das Siegel bricht, wird seine Heimat verwüsten wie auch die Heimat seiner Brüder. Gut. Das wird dann wohl ich sein. Aber da sind Affe. Nein. Du musst sterben. No, lauf da jetzt nicht durch. Das ist bestimmt ein Geheimnis. Nicht. Schade. Das gibt's doch nicht. Du kleiner Glücksaffee, du heisst nicht. Ja. Ja. Blutmocki-Szenen. So. Das war der andere jetzt. Bleibst du schon bei mir. Da war noch einer. Was soll ich sehen? Ich bleib erstmal hier. Ich guck erstmal die Gegend ab. Nein. Hab ich mich nur getäuscht? Oder bin ich blind? Ich bin blind. Egal. Das nächste Tor kaputt machen. Mal ganz einfach nur durchfahren. Was mir gefällt sowas nicht. Käfer. Nichts weiter als Käfer. Affe. So. Jetzt schauen wir mal. Irgendwas hoffälliges. Das ist neu. Affen müssen sterben. Gold? Töne mal da. Und was? Eisenbahn. Yay. Ah, da muss ich jetzt tauchen. Nicht wahr. Nicht wahr. Das ist nicht mehr gut. Was liegt denn da? Yeah. Ich geh trotzdem mal lieber hoch. So. Da. Was aktivieren. Wahrscheinlich das Wasser runter. Logik. Nö. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich werde jetzt keinen Fallschaden bekommen. Gut. Wenn es den überhaupt gibt. Na ja, so. Das schließe ich mal als erste Episode ab. Ich werde gleich weitermachen. Ich will das jetzt zwei Episode weiter haben. Genau. Und dann bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.